Frau Kollegin Bayram, Sie haben das Wort. Ich würde die Mitglieder der AfD-Fraktion bitten, auch dieser Rednerin zuzuhören, selbst wenn es Ihnen schwer fallen sollte. Ja, lieber Herr Präsident, vielen Dank. Beim zweiten Mal ist es nicht nur gelungen, die richtige Rednerin aufzurufen, sondern auch meinen Namen richtig auszusprechen. Dafür will ich mich nicht nur bedanken, sondern auch aufklären. Dieser Name kommt ebenso wie ich aus Anatolien, und Sie alle nennen mich, wenn Sie den Vornamen rufen, Liebling, was aber nicht heißt, dass ich Everybody's Darling sein will. Und bei all dem, was die AfD hier vorgetragen hat, habe ich mich gefragt, warum haben Sie eigentlich nichts dazu gesagt, dass der Mörder von Walter Lübcke Geld an die AfD gespendet hat. Wie sieht denn da eigentlich die Distanzierung aus, die Sie hier allen abverlangen? Es ist doch scheinheilig, wenn die AfD Linksektremismus bekämpfen will, aber selbst in ihren Reihen, in der Fraktion, im Deutschen Bundestag, den Chef der Identitären Bewegung, alte NPD-Kader und sonstiges Nazi-Geschnetz beschäftigt. Das ist doch in einer Art und Weise eine Missachtung nicht nur unseres Rechtsstaats und der Demokratie, sondern auch aller Migrantinnen und Migranten in diesem Land. Ja, was soll das eigentlich? Ja, Frau von Storch, mir könnte auch egal sein, dass hier immer der alte weiße Mann mit seiner Hundekrawatte sitzt, aber es ist mir nicht egal, denn er macht den Kindern Angst. Er macht den Kindern von Migranten Angst und Sie machen das auch, Frau Weidel. Das muss doch auch mal hier ausgesprochen werden. Sie lenkten doch ab von Ihrer eigenen Verbindung zu den Nazis und anderen Kriminellen. Und Sie haben ein Gutachten in Auftrag gegeben, in dem Sie gefragt haben, was ist diese Antifa. Und der Wissenschaftliche Parlamentsdienst hat Ihnen doch gesagt, es gibt nicht die Antifa. Dann verstehen Sie es doch mal, Sie können doch lesen. In Ihrem Antrag steht, die Abgeordneten des Deutschen Bundestags sollen sich distanzieren von Strömungen wie der Antifa und ihren Symbolen. Und dann bin ich mal losgegangen und habe mal im Netz geguckt, was ist denn da so an Symbolen von der Antifa unterwegs. Da habe ich mich gefragt, ist das ein Symbol der Antifa? Das in die Kategorie fällt, die Sie nicht haben wollen? Ist das ein Symbol der Antifa, das Sie nicht haben wollen oder ist das ein Symbol der Antifa, das Sie nicht haben wollen? Ich weiß es nicht. Es ist unbestimmt. Es steht nicht deutlich in Ihrem Antrag. Und wo Sie sich hier so schön aufregen, scheint die Antifa ja eine gewisse Wirkung zu haben. Und dann will ich nur noch mal abschließend sagen, gerade habe ich das gestern noch gelesen, dass es Leute in Ihren Reihen gibt, die auch im Rechtsausschuss sitzen. Die haben es doch schon versucht, den Rassismus, den Sie in Ihrem Herzen tragen, durch Prügel in Ihren Sohn weiterzugeben. Und sind daran gescheitert. Ja, Herr Mayer, Sie sind damit gescheitert. Und auch für den Rest der AfD gilt, Sie werden scheitern mit diesem Rassismus, den Sie hier und in die Gesellschaft tragen wollen. Und deswegen ist es für mich ganz klar, AfD, eure Kinder werden so wie wir. Und das ist auch gut so, bunt und vielfältig. Applaus Frau Kollegin Mayer, ich glaube nicht, dass Sie die Wirkung Ihrer Rede dadurch unterstreichen, dass Sie die Usancen des Deutschen Bundestages verletzen. Das Hochhalten von Emblemen ist nicht üblich. Erstens. Im Moment ist nicht üblich. Bitte lassen Sie mich einfach weiterreden. Und zweitens gehe ich davon aus, dass die Bezeichnung alter weißer Mann nicht altersdiskriminierend gemeint war. Sonst müsste ich sehr intensiv darüber nachdenken, was ich mit dieser Klassifizierung anfangen soll. Als Nächstes hat das Wort der Kollege Michael Kuffer, CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.